Die jordanischen Freunde sind kräftig zugange, die Royal Jordanian Falcons, holen ihr Arbeitsgerät aus der Halle. Freuen Sie sich auf absolut perfekten Verlauf der nächsten Stunde. Und wieder mit dieser Anstiegsteuerung. Shift of Power. Extrem kurzstartfähig, dieses Flugzeug. 250 Meter Rollstrecke genügend. Jetzt den Bogeneffekt hart aufhören und dann Start direkt ins Display. All on base. Ja, und jetzt schauen Sie mal die Wendigkeit von diesem Flugzeug an. Die Spannweide beträgt etwas über 12 Meter. Die Länge knapp 13 Meter und 4,80 Meter. Das Flugzeug fang im Jahr 1965 statt. Und diese Ponto ist eine von insgesamt 380 gebauten. Kommt aus dem Jahr 1969. Ja, recht eigenwillig diese Konstruktion mit dem Doppelleitwerksträger. Und es geht auch inverted. So, Triebwerke maximale Leistung zum schnellen Vorbeiführung. Und jetzt. Und weil es Spaß macht, bleiben wir einfach im Quere oder drinnen. Dann dreht sie sich einfach um die Länge und sagt sie. Ja. Und jetzt. Und jetzt. North American OV10 Angle. Alarm Banks. Das ist schön. Was passiert? Ich will mich zurück. boyfriend 4,400 Meter. Anna schick auf Loch So, erwingen Sie Sie, erwinken Sie zurück. Steve máfge Puesquare See merFin Französische Konstruktion aus den frühen 50er Jahren, als Verbitterungsstücktransportlichtzeug in der Kategorie.